Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video auf dem Krypto-Kanal. Ich bin Finn und wir werden uns heute wieder damit beschäftigen, was da um Kryptospace passiert ist. Und ich werde euch sofort zeigen, was wir im heutigen Video zeigen werden. Und zwar in den On-Train-Daten wird es um das Realized Cap Drawdown von Bitcoin gehen, beziehungsweise generell um den Realized Price. Und wir werden uns nochmal den Realized Profit und Loss anschauen und das natürlich im Zusammenhang mit der aktuellen Marktlage setzen. Danach wird Liam euch natürlich noch die neuesten Pattern und wichtigsten Chart-Analysen zeigen. Und am Ende spricht Timo jetzt nochmal darüber, dass Italien nochmal die Krypto-Steuer erhöhen will und was das für den Kryptomarkt jetzt bedeuten könnte. Gerade auf Regulierung und so weiter bezogen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ganz kurz vorwärts in das Thema rein starten. Einmal nochmal ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Supporter von uns. Natürlich jede Person des Videos schaut, supportet uns in gewisser Weise. Aber natürlich gerade die Leute hier nochmal ein Like da lassen. Freut uns natürlich extrem. Leute, versucht gerne mal die 40 Likes vorzumachen. Schreibt gerne auch einen netten Kommentar. Freut uns immer extrem. Natürlich auch gerne einen kritischen Kommentar. Und für alle die Neuen hier sind natürlich gerne den Kanal abonnen und die Glocke aktivieren. Wir laden sieben Tage die Woche bis 14 Uhr hoch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort rein. So und in den On-Chain-Daten wollen wir uns jetzt mal den Realized Price Cap Drawdown anschauen. Und zwar bedeutet das einfach nicht weniger als wie viel und an welchen Stellen ist denn der realisierte Preis gefallen. Weil der realisierte Preis kann natürlich auch fallen. Wenn Bitcoin gehandelt werden, nachdem der Preis von Bitcoin natürlich gefallen ist. Das heißt, die wurden einmal beispielsweise bei 40.000 verkauft und wurden dann nochmal bei 20.000 verkauft. Dann waren sie natürlich vorher deutlich mehr wert und sind damit stärker in den Realized Price eingetreten als danach. Und dementsprechend kann der Realized Price natürlich auch fallen. Weil der Realized Price, für die alle, die es vielleicht nicht wissen, ist natürlich einfach nur der durchschnittliche Kaufpreis aller Bitcoins. Und zwar sehen wir jetzt hier natürlich auch wieder bei diesen Drawdowns, die extrem groß werden können. Und sehen wir immer wieder, dass es immer in den Bärenmärkten ist, wo natürlich Bitcoin dann unterhalb des Realized Price ist. Und dann fängt der Realized Price natürlich auch anzufallen. Ganz klar, logischerweise ist natürlich auch, dass der Realized Price auch fallen kann, wenn der Bitcoin-Preis drüber ist. Das liegt natürlich daran, wenn der Bitcoin-Preis vorher noch höher drüber war. Können natürlich Bitcoin, wie eben schon erwähnt, die vorher bei 40.000 gehandelt wurden, danach bei 20.000 gehandelt wurden, auch einen Realized Price, der bei 16.000 liegen würde, liegt der jetzt aktuell nicht, nach unten verschieben. Weil eben einfach Wert sozusagen, was der Realized Price ja immer akkumuliert von allen Bitcoin, die gehandelt wurden, verloren gegangen ist. Dadurch, dass es halt eben nicht mehr hier oben die letzte Transaktion von diesem Bitcoin stattgefunden hat, sondern ein kleines Stück weiter unten. So, aber was wir uns jetzt eigentlich mal anschauen wollten, ist, wie denn in den Bärenmärkten der Realized Price immer abfällt. Und hier sehen wir immer, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass in einem Bärenmarkt durchschnittlich der Realized Price mindestens eigentlich 10% abfällt. Und das haben wir 2015 gesehen, das haben wir 2019 gesehen. Und sehen wir aktuell noch 2022, wir sehen sogar fast interessanterweise den größten Drawdown vom Realized Price aus den letzten drei Bullenmärkten, weil wir so lange jetzt schon konsolieren und so ein hohes Volumen im Netzwerk wirklich haben. Das Ganze zeigt uns eigentlich erstmal nur, dass wir in einem ganz normalen Beer Cycle sind und dementsprechend eigentlich einfach nur darauf warten müssen, bis wir final den Boden gefunden haben. Die zweite Onstandarte, die wir uns anschauen wollten, ist der Bitcoin Realized Profit and Loss over Market Cap. Und hier sehen wir auch schon, dass wir uns immer noch in einem ganz typischen Bärenmarkt befinden. Denn auch hier sehen wir sozusagen immer, das ist hier der Netto Realized Profit and Loss over Market Cap. Und da sieht man jetzt, wie viel sozusagen Bitcoin in Verlust verkauft oder im Vergewinn verkauft wurden. Natürlich hier in blau und im Verlust natürlich hier so in orange, ja dunkel orange, sag ich jetzt mal. Und da sehen wir jetzt auch schon wieder, dass wir aktuell jetzt eigentlich an einer relativ normalen Stelle im Bärenmarkt befinden. Denn wir haben jetzt in den letzten fünf Monaten auch schon wieder, Entschuldigung, in den letzten sechs Monaten auch schon wieder zwei Monate gehabt, die wirklich einen starken Netto Realized Profit and Loss hatten. Also Netto Realized Loss natürlich. Und das ist sehr typisch für einen Bärenmarkt. Das hatten wir 2020 gesehen, sogar bei dem kleinen Week-Off. Das haben wir aber auch, wie gesagt, 2019 gesehen, 2015 gesehen und auch 2012 haben wir gesehen, dass der Netto Realized Loss in einem Bärenmarkt natürlich im Verhältnis zum Average Market Price vom Monatschart immer trotzdem natürlich stark im Minus war in den Bärenmarktphasen. Das bedeutet für uns aber natürlich auch, dass wir ganz klar sehen können, die Bärenmärkte haben nicht sonderlich länger gedauert als der aktuelle Bärenmarkt, beziehungsweise es ist sogar fast schon eine Besonderheit, wie viel negativen Loss wir hier schon realisiert haben. Denn in den sonstigen Bärenmärkten war es eigentlich fast typisch, dass wir nur eine wirklich sehr starke Candle gesehen haben, die vielleicht so vier bis sechs Prozent Realized Loss hatte. Natürlich 2019 hatten wir dann auch mal hier wirklich zwei über, glaube ich, fünf Prozent sogar. Aber insgesamt kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, dass wir in den letzten sechs Monaten eine sehr, sehr starke Bodenbildung gesehen haben. Und deswegen gehe ich schon sehr stark davon aus, dass wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall in den nächsten Bärenmarkt rein starten werden und das wird dann natürlich die Zeit, wo es extrem interessant wird. Und genau deswegen müssen wir uns unbedingt die Charts auf den kleineren Timeframes anschauen, um alles vorbereitet zu sein. Deswegen gebe ich weiter an Liam. Okay, Leute, dann auch nochmal willkommen zurück hier zur Chartanalyse. Wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal Daily und Owly-Timeframe anschauen. Einfach, weil da zwei sehr wichtige Sachen sind, die wir uns für den Bitcoin-Kurs anschauen müssen und die natürlich ausschlaggebend sein können für die nächsten Stunden und Tage. Und dementsprechend, Leute, müssen wir uns diese kleine hier, diese kleine Kursbewegung hier auf jeden Fall nochmal anschauen. Und zwar sehen wir hier erstens, hatten wir gestern einen sehr guten Tag. Wir waren zwischenzeitlich unter unserem FIP-Level, unter 16.900, 17.000 US-Dollar ungefähr, kann man ja so sagen. Zwischenzeitlich waren wir aber auch ganz oben, sind dann zum Glück ganz oben geschlossen. Das heißt, wir hatten hier eine sehr schöne Bounce-Scanner, ein sehr schönes Bounce-Szenario, so wie ich auch im gestrigen Video beschrieben habe. Jedoch sind wir heute wieder am Retesten des FIP-Levels und das ist ein schlechtes Zeichen, würde ich sagen, Leute. Das hatten wir hier öfter auch schon in den vorherigen Fällen, wo wir dann quasi öfter dieses FIP-Level angetestet haben, dort eine kleine Seitwärtsbewegung hatten und irgendwann nach unten hin ausgebrochen sind, weil wir einfach beispielsweise diese obere Widerstandslinie bei 17.150 US-Dollar nicht durchbrechen konnten. Und das passiert dem Bitcoin gerade erneut. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir hier für Potenzial haben. Davor möchte ich aber noch zeigen, dass wir hier immer noch gesqueezte Bollinger-Bands haben, die sich jetzt leicht auseinander bewegen. Natürlich, weil wir hier auch diesen fetten Pump nach oben hin hatten an die obere Linie der Bollinger-Bands und wir haben auch natürlich die mittlere Linie durchbrochen. Das ist ja klar, wenn wir an der oberen sind, aber das hatte ich ja auch als Faktor genannt dafür, was sich auf jeden Fall erfüllen muss, bevor wir hier von einem Long-Breakout sprechen können beziehungsweise bevor wir überhaupt die Chance haben, einen Long-Breakout aus den Bollinger-Bands zu haben. Denn bisher hatten wir ja nur den Fall, dass als die Bollinger-Bands gesqueezed waren und wir dann einen Breakout hatten, dass es ein Short-Breakout war. Und das wollen wir hier natürlich nicht hoffen. Leute, ist aber auch gut möglich, denn dazu möchte ich nochmal kurz auf den Monats-Chart ausweichen. Und zwar können wir hier deutlich erkennen, dass wir, wenn wir mal die Bollinger-Bands ausmachen, dass wir hier auf jeden Fall im Monthly noch deutlich Platz nach unten haben. Wir waren ja zwischenzeitlich schon bei 15.600 US-Dollar, hatten wir den WIC. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, da wir hier einmal einen wichtigen Close hatten im letzten Bullenmarkt, dann einen WIC in dieser Bullrun-Phase, sage ich jetzt mal in 2019 und natürlich hier noch den Candle-Close drunter in unserem letzten Bullenmarkt, dass wir hier nochmal auf die 13.800 US-Dollar fallen. Also das erscheint mir momentan als ziemlich logisches Preisziel für den Bitcoin-Preis, gerade weil wir jetzt hier auf dem Daily, wie gesagt, wieder die Bollinger-Bands haben, die dann tatsächlich wieder Short ausbrechen können, beziehungsweise zumindest, würde ich sagen, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Short ausbrechen, da wir das jetzt in letzter Zeit wirklich schon zweimal hatten. Und dann möchte ich natürlich nochmal vorgehen in den Stunden-Shutern. Und auf dem Stundenchart können wir erkennen, haben wir hier nochmal ein Symmetrical Triangle. Und dieses Symmetrical Triangle könnte die gesamte Münze für Bitcoin wenden, würde ich mal sagen. Und zwar, wenn dieses Symmetrical Triangle jetzt ein Continuation-Pattern bildet, das heißt eine Continuation nach oben ausbricht, dann hätten wir natürlich diesen Zyklus erstmal gebrochen und könnten zunehmend davon ausgehen, dass die Bollinger-Bands nach oben hindurchbrochen werden, da wir natürlich auch den wichtigen Widerstand bei 17.150 durchbrechen würden. Und momentan muss man ganz klar sagen, sieht es natürlich etwas danach aus, als würden wir hier einen Short-Breakout sehen. Aber wie ihr auch hier erkennen könnt, Leute, hatten wir hier schon mehrere Wigs nach unten aus diesem Pattern und konnten jetzt schon dreimal bestätigt die Support-Linie unten halten, auch hier in der letzten Stunde. Und das ist natürlich recht gut für den Bitcoin-Kurs. Wir müssen uns das jetzt natürlich weiter nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall würde das Long-Breakout bei 17.400 US-Dollar liegen, was natürlich auch ein sehr schöner Daily-Close wäre, über den 17.150, über dem Fibonacci-Level bei 16.900 US-Dollar und das Short-Breakout-Target würde bei 16.500 US-Dollar liegen. Das heißt, hier wieder in dem unteren Level, dann wäre unser gesamter Pump hier von den letzten, ja, ich sage jetzt mal, von den letzten zwei bis drei Tagen zunichte gemacht und wir werden wieder nach unten hinweggebrochen. Beides ist natürlich gleich gut möglich, wobei eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Long-Breakout steht. Aber letztes Mal haben wir ja auch gesehen, hätten wir hier theoretisch eine weitere Short-Continuation haben müssen, sind aber Long ausgebrochen. Und dementsprechend, Leute, ist hier erstmal alles möglich. Achtet natürlich darauf, wo wir dann letztendlich die erste bestätigte Breakout-Szenario-Aktion sehen, sage ich jetzt mal, und dort in die Richtung wird es dann wahrscheinlich ausbrechen. Ja, Leute, das war es wie immer mit der Chart-Analyse und ich wünsche euch viel Spaß beim Newspart mit Timo. Italien gibt nun neue Krypto-Regulierungen in Form von einer Steuerreform auf den Weg, was das Ganze für Krypto-Holder in Italien bedeutet und vor allen Dingen, was wir hier in Deutschland von neuen Steuern rund um Kryptowährungen erwarten können, wollen wir uns jetzt hier heute einmal gemeinsam im Newspart anschauen. Zum 1. Januar 2023 ist es dann soweit. Die italienische Regierung hat nun eine Verordnung verabschiedet, mit der man ab diesem Zeitpunkt 26% Abgabe auf Kapitalgewinne aus Krypto-Spekulationen zahlt, bei Beträgen höher als 2000 Euro. Wenn man noch vor dem 1. Januar diese Krypto-Gewinne angibt, zahlt man lediglich eine Steuer von 14%. Dabei ganz klar möchte die italienische Regierung erreichen, dass die Bürger ihre Gewinne angeben. Bisher ist es wohl in Italien so, dass sehr, sehr wenige Krypto-Holder bzw. Krypto-Spekulanten ihre Gewinne angeben und das Ganze eher probieren an der italienischen Regierung vorbeizuschiffen. Wichtig dabei zu sagen ist, dass man nun hier in Italien ca. 1,3 Millionen Menschen besteuern möchte, die laut AAA-Daten Kryptowährungen halten. Ebenfalls auch in anderen europäischen Ländern sehen wir nun eben diese Einführung von Krypto-Steuern auf Krypto-Kapitalgewinne und dabei stellt sich jetzt natürlich die ganz, ganz große Frage, was können wir in Deutschland erwarten? Bisher ist es in Deutschland so, wurde auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden, dass man auf Gewinne aus Kryptowährungen, wenn man diese weniger als ein Jahr hält, seinen normalen Einkommenssteuersatz zahlt, jedoch nach einem Jahr auf die Gewinne aus Kryptowährungen keine Steuern mehr erhoben werden. Und das Ganze ist natürlich sehr, sehr interessant, da man hier ganz klar nur auf die Spekulationssteuer bei Kryptowährungen anspielt. Für Personen, Holder, die das Ganze wirklich langfristig sehen und mit Kryptowährungen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, werden diese Leute nicht besteuert und haben die Möglichkeit, ihre Gewinne steuerfrei nach einem Jahr auszuzahlen. Das Ganze wird sich auch so schnell nicht mehr in Deutschland ändern, das ist eine sehr feste Entscheidung, bedeutet, die ganzen Kryptosteuern, die jetzt in anderen europäischen Staaten auf die Bürger zukommen, sind nicht relevant für uns in Deutschland, natürlich sehr krass für Trader, beispielsweise Kryptosteuern aus den ein- bzw. unter einjährigen Holder-Verhältnissen werden sehr groß besteuert, der Rest eben nicht. Ich würde sagen, es war so weit zum Video, wenn es sich gefallen hat, lasst uns mal gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, jeden Tag und bis 14 Uhr. Das war es soweit von mir, bis morgen zum nächsten Video, ciao.